Nach der Sommerzeit startet das Friedrichsbau Varieté mit der künstlerischen Veranstaltung Utopia in den Herbst. Vom 16. September bis 6. November 2022 erlebt man einen atemberaubenden Abend mit phänomenaler Artistik, Zauberkunst und schönem Gesang. Eine leichte Unterhaltung, die eigentlich niemand versäumt sollte. Machen Sie sich ein paar schöne Stunden im Friedrichsbau Varieté. Machen Sie sich ein paar schöne Stunden im Friedrichsbau Varieté. Musik Musik Wenn im Westen die Sonne untergeht, taucht den Hafen in goldenes Licht Und der Palladekran da so aussieht, als wüsst er nicht wohin mit sich Dann seh ich mich selber so dastehen Herzlich Willkommen verehrte Damen, geschätzte Herren, liebe Menschen Kommen Sie zu uns, kommen Sie in den Friedrichsbau, reisen Sie mit uns nach Utopia Vergessen Sie für ein paar Stunden den Alltag Erleben Sie eine Welt voll Artistik, voll Fantasie, voll Visionen Für eine Welt, die in unseren Köpfen ist, eine Welt voll Fantasie All das hier im Friedrichsbau besteht Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog Das ist ein Beitrag von Waldemar Herzog